Der Träger ist immer noch drauf. Denk ich nicht? Fängt wieder an. Und der Motor an ist auch? Und der Motor an ist dann auch? Ja. Das ist schlecht. Ja. 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 Und damit sie dich jetzt gebunden hat, warum da so ein Kusserl ist, Hinten ist der Fahrer, das ist der Zugführer. Auf dem Fahrer da in der Luft, wo jetzt jemand einsteigt, und der Fahrer ist der Kommandant. Nur der Kartenkanzler spricht, der Zugführer. Der Zugführer führt immer an den Schwerpunkt. Dementsprechend entscheidet der Zugführer sich hier aufsammengesetzt, um das Rauschreifen zu gehen. Der Wechselverhalt jetzt von Zugführer und Kommandant, das kommt da jetzt gerade statt. Der Zugführer da hinten ist jetzt auf dem Kommandantenplatz. Der Kommandant ist abgesessen, muss der erst sein Grön überschreifen, Helm aufsitzen und dann rein ins Haus. Das dauert halt nur 1-2 Minuten. Der Zugführer spricht, Charlie 2, die aufgesessenen Teile. Der übernimmt dann das Kommando. Der Ansatz in dem rechten Bereich, der hat jetzt gerade Feind im rechten Bereich gemeldet. der aufgesessenen Teile. Der aufgesessenen Teile. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Panzerzug im rechten Bereich Das weitere Antreten jetzt überwacht Und hat dem Charlie-Zug jetzt den Befehl gegeben Auf die Sandkuhle anzutreten Und auftretenden Feind zu vernichten Bevor angetreten werden kann, müssen natürlich jetzt diese Schützentrupps aufgenommen werden Das heißt, die beiden S bis jetzt ziehen wir jetzt wieder an die Häuser an, nehmen die Schütze raus Beide Dann muss man direkt nach vorne fahren Natürlich will ich kein SPZ zurück Aber das ist halt hier aus den Eisenstücken Das ist halt hier aus den Eisenstücken, das ist gut Das ist halt hier aus dem Eisenstücken 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 WDR GmbH im Auftrag des WDR Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. 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 Ich bin froh.